Handy-Verbot und keine E-Mail, sondern man arbeitet nur an den Punkten, wo, glaube ich, wieder das für mich da immer an dem falschen Punkt angesetzt worden ist, weil ich brauche ja nicht eine Checkliste, die alle befolgen müssen, sondern ich möchte schon von vornherein eine Kultur oder Arbeitsprozesse entwickeln, die das mit sich bringen. Und wenn ich Menschen vorgeben muss, hey, aber schau bloß nicht auf dein Handy während der Besprechung, dann muss ich mir eher die Frage stellen, wieso würden die Menschen in der Besprechung auf ihr Handy schauen müssen? Heißt das, sie sind nicht engaged? Heißt das, sie haben keine Möglichkeiten beizutragen? Heißt das, es ist für sie nicht relevant, was in dem Meeting passiert? oder sind sie so überhäuft mit Kommunikation außerhalb? Dann ist nämlich das auch wieder ein gutes Learning, wo ich sage, okay, wieso ist die Person so überhäuft mit Kommunikation? Also klar gibt es bestimmte Bereiche, wo man das vielleicht mehr managen muss, also gerade die Kommunikation mit Kunden, aber auch da haben wir schon mal darüber gesprochen, dass man da Dinge abgrenzen muss. Also man muss nicht zu 100% erreichbar sein, sondern man muss sich durchaus Zeit nehmen, um arbeiten zu können. Vielleicht fällt da auch eine Besprechung darunter. Also das sind für mich dann irgendwie so Tipps, die ich halt so ein bisschen fehlgeleitet sehe, weil angenommen ich nehme diese Tipps und gehe dann als Führungskraft in mein Team und sage, hey, diese 8 Tipps werden wir jetzt alle durcharbeiten, dann wird es da keinen Lerneffekt geben. Für mich als Führungskraft nicht, weil ich nicht über die Arbeitsstrukturen nachgedacht habe, weil ich nicht darüber nachgedacht habe, wie mein Team funktioniert, wie meine Bespeicherungen funktionieren. Und dann ist die Frage, ob das irgendetwas verbessert. Längervoll ist.